Dann folgst du uns? Ich hoffe ja nicht. 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 Ich würde gerne wissen, wo der Feldhin geflogen ist. Hey, wo ist eigentlich die Kugel abgeblieben, die der Hinux hat? Au, ich brenne. Boah, da ist der Hinux auf. Er trägt die als Kette. Danke. Ja, tschau. Du siehst mich hier unten hoffentlich jetzt nicht, ne? Da ist der Felsen. Nicht, dass wir den da wieder hochkriegen. Vielleicht lädt der sich ja gleich wieder hin. Das ist nämlich das einzige, was wir gegen diesen Hinux unternehmen. Bis daneben. Was haben wir noch im Angebot? Bis dahin. Bis dahin. Das macht zumindest ein bisschen Schaden. Ja. Ja. Bis dahin. Bis dahin. Ich verstehe, wir hätten alle einen Bogen. Aber bestimmt findet man das hier irgendwo. Und ich stelle mich nur zum Zuf an. Bis dahin. 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 Ja, auch. Toll. So gut. Muss ich da jetzt wieder hinschwimmen? Lass nachdem wir so weit spacken. Hab ich nicht gespeichert, ich Esel. Einmal versuche ich. Ich habe jetzt gewusst. Wir kommen ab in der Aufschung. Ich habe jetzt etwas geboot. Das ist es ein neues Karten und das ist ein neues Karten, wir kommen zu uns, wir kommen mit der ersten Karten. Das kann nicht nur in Ordnung geben. Es wird von 4,000 Minuten gehen. Wir kommen mit dem Karten. Ich wünsche nur, ich könnte das hier vorspielen. Keine Lust mir das noch mal anzuhören. Oh, speichern kann man hier gar nicht. Noch besser. Hi, jakt ihr euch bitte wieder selbst in die Luft? Hi, jakt euch doch bitte mal wieder selbst in die Luft. Das ist beim letzten Mal so toll. So, also ich werde auch wieder. Gehen wir mal als nächstes nach oben und gucken, ob wir da oben ein bisschen was ausrichten können. Wenn das Gewitter weg ist, können wir uns ein bisschen umgucken und sagen, wir gucken, ob wir im Boot und gucken, ob wir da oben ein bisschen was, wenn wir da oben ein bisschen was. Nyeh! Nyeh! Voll viel Schaden angerichtet! Au! Haptenessen! Oh, jetzt. Und wir werden es nicht. Okay. 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 nur noch durch. Oh, das wird nicht. Naja, es fühlt ja jetzt noch. Wenigstens was, was unsere Ausdauern ist. Ja, es fühlt immerhin ein halbes Herz auf uns. Wir sind hier quasi wieder ganz am Anfang. Das heißt, wir müssen Vorräte sammeln, wir müssen, ja, Vorräte sammeln, wir müssen uns auffälleln, wir müssen Rüstung und wir müssen für uns, wir müssen die Grüße an das, wenn wir hier ein und wir müssen wie ein Schüsse ein, wenn wir mal einen Schüsse ein schütteln, wir müssen uns um die Beine wie ein Schüsse ein. Und das ist auch schon ein Schüsse ein, das wir müssen, so kann ich, dass die Schlüsse ein, wir müssen uns auch ein uhr, und da die Beine wie ein Schüsse ein. Vielen Dank. Ich habe mir noch etwas vor. Ich habe mir noch etwas vor. Ich habe mir noch etwas vor. Ich sollte hier vielleicht nicht das gute Schwert dagegen verwenden. Ich habe mir noch etwas vor. 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 Jetzt haben wir immerhin schon wieder Pfeil und Bogen gegen den Hinox-Dorten viel mehr ausrichten. Oh. Ja wir waren da oben auch noch gar nicht da erstmal, ich hab mit dem Tag gesagt, wir uns das anlegen. Ich hab mal hier keine Anzeige. Ja. Ja. Sollte uns ein bisschen Zeit geben. Lied ich dran? Ein Moblin. Alter. Ich verpieße mich. Schön, dass er grad seinen Kumpel abgefackelt hat. Das war's. Ja. Das war's. Das nehm ich, vielen Dank. War er? Super, der Problem ist beim Hinox unten gelandet. Da komm, spruch weiter auf. Dann wieder ein Soldatenschwert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ganz langsam. Und dann. Und dann. Und was auch. Ach ja, wenn man hier oben ist, kann man doch alles vergessen. War doch gerade noch eine Kuh. Das hat einen überlebt. Ja, jetzt hat keiner mehr was. Nein. Nein. Ich habe mich auch gewundert. Ja. 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 Ja.